So, hier sind wir bei Plants vs Zombies. Mal gucken, ob die Aufnahme jetzt ein bisschen besser wird als die letzte, die ja doch extreme Frame-Einbrüche hatte. Okay, meine Frame-Side-Oben ist jetzt auch wunderbar, wie ich sehe. Alter, ist die Verarschung. Oh, da habt ihr jetzt glaube ich gerade nichts gesehen, weil sich das Spiel bei mir kurz minimiert hat. Naja, kommt vor. Tja, was kann man denn mal machen? Wie viel Geld haben wir denn eigentlich hier? Ja. Lassen wir unsere Schnecke mal ein bisschen laufen. Mal gucken, ob das jetzt so ruckelt wie in der letzten Aufnahme. Da sind die Frames gegen Ende doch extrem in den Keller gegangen. Oh, er hat aber ein dickes Ding fallen lassen. Hä? Das ist Chefsache, das einzusammelige Schnecke. Wieso ist die Schnecke eigentlich stinky? Und ja, ich weiß, wenn ich hier auf meiner Touchpad, auf meinem Touchpad herumdrücke, also dieses hier, ne? Wenn ich das hier mache, ich weiß, das hört sich extrem laut an. Äh... Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich hier gegen mache. Ich könnte mir natürlich eine separate Maus besorgen, aber... Ja. Könnte. Könnte, ne? Könnte. Tja. 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 Ehhh... Die Schnecke ist wahnsinnig schnell, wie man sieht. Das ist das, äh... Original Host hier von Sebastian Vettel. Deswegen ist sie so derbe schnell. Ah, wir haben ein bisschen Hilfe hier. Ach genau, ich kann ja auch so. Ich glaube, das dürft ihr jetzt nicht hören, wenn ich so klicke. Bitte. Das hört ihr so jetzt nicht. Na, ich würde es ja gleich sehen. Ist ja nur ein Testaufnahme. Ihr bekommt das ja sowieso nicht mit. Oh, haha. So, das machen wir mal gut hier. Darf ich? Ach, ach, leg mich doch, ey. Ja, komm, ey. Oh, schloss, du mit Tochter. So, jetzt, ach, das ist zu tun. So, tschüss.